Ich nenne es den Lüfter des Todes. Dummerweise passiert es nicht immer, wenn es aber passiert, dann hört es eigentlich gar nicht mehr auf, dann ist er so im Loop und kommt gar nicht raus und er lässt sich nur noch im gesicherten Modus starten. Im gesicherten Modus kommt dann eine Fehlermeldung. GPU Panic. Deshalb denke ich, dass es an der AMD-Grafikkarte liegt. Keine Ahnung, ob der die Hitze schadet oder ob es einfach nur Pech ist oder so. Das soll jetzt auch kein Apple-Bashing werden oder so. Es ist zwar doof, dass mir das jetzt passiert, der nach irgendwie 20 oder 30 Jahren DOS und Windows sich dann doch mal ein Mac gekauft hat. Nach vier Monaten ist er dann kaputt. Das ist ja dumm gelaufen, aber ich verbuche das jetzt erstmal unter Pech. Mal gucken, was die Reparatur sagt, ob es dann wieder alles geht. Deshalb kein Apple-Bashing. Ich möchte hier nur ein kleines Status-Update bringen, dass jeder weiß, wie es aussieht mit MacBook und bei mir. Es sieht schlecht aus. Das Ding ist kaputt. Also wie gesagt, das kommt nicht immer vor, aber wenn es vorkommt, dann eben permanent und ich habe jetzt schon alles neu installiert. Ich habe komplettes Betriebssystem neu installiert, Festplatte vorgelöscht und alles. Es kam trotzdem noch vor. Dann kommt es ein paar Stunden nicht vor. Also es ist doof, weil es sich nicht richtig regenerieren, reproduzieren lässt, aber trotzdem. Ich habe jetzt ein Ticket aufgemacht, habe es bei Alternate gekauft und die sollen das reparieren und sollen mal gucken, was sie da finden. Ich hoffe, wenn es da ankommt, tritt es auch auf, das Problem. Na gut, viel größeres Problem, als das Ding jetzt kaputt ist, schon ein groß genuges Problem, ist hier drauf. Und zwar ist da ein großes Final Cut Projekt drauf über die EOS M200. Ich werde jetzt probieren, das zu exportieren und dann in DaVinci Resolve zu importieren, denn irgendwie will ich ja weiterarbeiten. Die andere Alternative wäre nämlich, dass ich nur die Videoschnipsel nehme und das ins iPad importiere und dort mit LumaFusion weitermache. Aber ich habe da so viel drauf. Ich habe halt schon viel geschnitten. Ich habe auch Kommentare drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich die zu DaVinci Resolve rüberkriege. Das weiß ich nicht. Außerdem weiß ich auch gar nicht, ob DaVinci Resolve auf meinem aktuellen Backup, das ist das MateBook X, das ist eigentlich ziemlich schwach auf der Brust und war nie dafür gedacht, Videos zu schneiden, ob DaVinci Resolve darauf läuft. Das weiß ich auch nicht, muss ich nur ausprobieren. Also größtes Problem, auf diesem kleinen Ding ist eben ein großes Final Cut Projekt. Tja, ansonsten werde ich jetzt halt so weitermachen wie in der Zeit vor dem Macbook und zwar einmal MateBook X, alles Textmäßige und der Rest, gerade Videoschnitt, Bildbearbeitung, alles wieder mit dem iPad Pro und LumaFusion. Das macht mir ja Spaß. Da bin ich ja eigentlich auch voll und ganz zufrieden damit. Allerdings, da hatte ich neulich ja schon ein Video gemacht, kann ich ja verlinken, merke ich halt jetzt schon, ich habe ja schon Videos damit geschnitten und werde auch das jetzt darauf schneiden, merke ich halt schon, dass wirklich die Produktivität geringer ist als auf dem Macbook und ich habe halt immer noch das Problem mit den großen Files. Deshalb überlege ich, ob ich jetzt zu Full HD zurückgehe, kleinere Files, kleinere Probleme in dem Fall. Ja, das muss ich mal ausprobieren und so. Was ich auf jeden Fall gelernt habe aus dieser ganzen Misere, Doof ist eben, dass es der einzige Mac im Haushalt ist und ich so überhaupt kein Backup habe. Also wenn eben die Kiste ausfällt, was jetzt passiert ist, dann kann ich an meinen Final Cut Dateien nicht weiterarbeiten. Oder es ist vielleicht nicht schlimm, dass es der einzige Mac ist, aber es ist dumm, dass es die einzige Maschine ist, auf dem Final Cut läuft. Deshalb überlege ich jetzt tatsächlich in DaVinci Resolve einzusteigen. Das läuft auf dem Mac, das läuft auf Windows und wenn dann wieder sowas passiert, habe ich immerhin ein halbweg brauchbares Backup mit einem Windows-Rechner. Ob das jetzt mit dem Huawei funktioniert, weiß ich nicht. Wobei ich ganz ehrlich jetzt natürlich schon überlege, ah, wenn ich jetzt DaVinci Resolve mache, wieso brauche ich dann überhaupt noch einen Mac? Also im Prinzip bin ich wieder da, wo ich vor ein paar Monaten war, wo ich mir überlegt habe, was für einen Rechner kaufe ich mir, um eben von den iPad-Problemen wegzukommen. Und jetzt, vier Monate später, bin ich wieder da. Gut, eine Sache habe ich schon gemerkt, es loben ja alle krass das Trackpad des Macs. Und wo ich jetzt wieder mehr mit dem Matebook arbeite, merke ich, ey, krass, das stimmt. Wenn man das nicht kennt, weiß man gar nicht, wie viel besser dieses Trackpad des Macs ist. Aber das ist wirklich so unglaublich gut. Lässt sich nicht beschreiben, wenn man es nicht kennt, ja. Die Tastatur ist auch gut, die vom Matebook ist auch okay und ich denke, da gibt es auch noch andere Windows-Rechner, die so gut sind. Außerdem muss ich ja dazu sagen, ich hatte noch nie einen Rechner, der so teuer war, also auch keinen Windows-Rechner. Deshalb vergleiche ich hier immer ein bisschen Äpfel mit Birnen. Würde ich mir jetzt so ein Dell XPS für 3.000 Euro kaufen, dann könnte das vielleicht doch mit dem Macbook mithalten. Ach ja, ich weiß es nicht. Irgendwie blöde Situation, dass das jetzt hier so passiert ist, dass das Ding kaputt gegangen ist. Aber wie gesagt, es soll kein Apple-Bashing sein. Ich verbuche das jetzt unter Pech und wenn es repariert wird und jetzt alles problemlos läuft, dann ist es gut. Wenn nicht, dann muss ich weitersehen. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das hier weitergeht mit dem Macbook. Deshalb nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, dann kriegst du das mit. Es gibt auch eine ganze Playliste zum Macbook oder eigentlich 4K-Videoschnitt-PC. Ich weiß gar nicht mal, wie die Playliste heißt, weil ursprünglich kam es davon, dass ich einen PC suchte für einen 4K-Videoschnitt. Und hier gibt es so mein letztes Video. Dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal mit einem Video, das ich dann wieder auf dem iPad geschnitten habe. Bis dann. Ciao.